Meine Liebe zu Odette geht weit über das körperliche Begehren hinaus. Sie ist so eng mit allem verbunden, was ich tue, was ich denke. Mit meinem Schlaf, mit meinem Leben. Dass ich ohne sie nicht mehr existieren würde. Du bist unmöglich! Mit dir kann man aber auch gar nichts anfangen! Diese kleine Person hat Temperament, mein Gott. Machen Sie mal die Augen zu und stellen Sie sich die im Bett vor. Haben Sie mit Odette geschlafen? Nicht, dass ich wüsste. Du legst es darauf an, mich zu quälen, nicht wahr? Bis ich dir irgendeine Lüge erzähle, die gar nicht stimmt, und dann leidest du daran. Bedauerlich, dass uns diese Person nun einen deiner angenehmsten Freunde bringen wird. Der Dorn in seiner Hose sticht leider keine Hose. Was hat sie denn? Jetzt hat sie sich doch schon wieder den Kiefer ausgerenkt. Schnell, schnell, Doktor! Keine Panik, bitte! Fassen Sie mich nun! Schauen Sie mir in die Augen! Das habe ich ja noch nicht gesehen. Der Hose ist befallend. Sie haben Ähnlichkeit mit Berlins Porträt von Mohammed II. Hat man Ihnen das schon mal gesagt? Finden Sie nicht schade? Und wussten Sie, dass dieser Mohammed, als er bemerkte, dass er eine seiner Frauen bis zum Wahnsinn liebte, sie kurzerhand erdeutschte? Warum das denn? Um sich von dieser Leidenschaft zu befreien, selbstverständlich. Oh mein Gott! Warum setze ich mich diesen Demütigungen aus? Am Anfang hat sie mir gar nicht gefallen! Und ich musste mich entschließen, sie zu lieben. Mir einreden, dass sie aussieht wie ein Bild von Botticelli. Und jetzt beschließe ich sie nicht zu lieben und kann es nicht. Verdammt, ich bring's nicht fertig. Ich bring's einfach nicht fertig. Und wann heiratet ihr? Sie erlauben doch, dass ich die Katleier an Ihrem Ausschnitt festmache. Sie verlieren sie sonst. So wird's gehen. Ich werde sie einfach ein wenig tiefer hineinstecken. Sagen Sie mir, das ist Ihnen doch nicht unangenehm. Und wenn ich daran riechen würde? Ich hab mir das noch nie geraucht. Das ist Ihnen doch nicht ein wenig tiefer. Untertitelung des ZDF, 2020